Hallo Leute, Enrico Buska auf Doberland. Einmal einen Spaziergang und ich werde jetzt gleichzeitig einen Videotest mit meiner neuen Action Cam Vimeo Q6 und jetzt probiere ich das Ganze einmal ohne Gehäuse. Mal schauen, wie der Ton ist. Ich hoffe, man verstärbt mich halbwegs. Und ich werde jetzt so ein bisschen durch den Wald durchspazieren und verschiedene Videos mit verschiedener Qualität einbauen. Das beschreibe ich aber unter dem jeweiligen Video-Wert. Mit CAK 30 Frames angefangen und nachher 1080 x 60 Frames und noch 720, vielleicht auch Timelapse-Aufnahmen. Das werde ich jetzt mal machen. Ich hoffe, man verstärbt mich jetzt ohne Gehäuse und später mache ich auch ein kurzes Video mit Gehäuse. Und ich hoffe, dass man mich halbwegs verstärbt. Und ich sage, legen wir los. rock Hue rock hoch rock 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020